Liebe Zuschauer, ich wünsche euch heute noch eine gute Pause, wer mit Ihnen auch den besten Torhüter, den besten Spieler, den besten Arbeitsschutz des Tunes. Wir würden uns freuen, wenn Sie in der Siegeherung bei Gronen Pürke treiben Sie noch einen kleinen Moment auf Ihren Kretschüter. Ich glaube, die Mannschaft und die Spieler haben es verdient, dass die Siegeherungen auch mit dem Publikum stattfinden. Also bitte noch einen kleinen Moment zu bleiben. Bis zur Siegeherung, nach der Siegeherung ist natürlich, müssen Sie nicht nach außen gehen. Für Getränke und Verzehr ist reichlich gesorgt ein Vorraum. Also, haben Sie noch mal eine schöne Stunde im Ausklang des 22.24.24.24 in der Nordstadt. Schauen wir mal nachher der Siegeherung. Schauen wir mal nachher der Siegeherung. Schauen wir mal nachher der Siegeherung. Boa-J snakes come an! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 ja. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.